Namaste, ich grüße dich. Heute ist Freitag der 18.06.2021. Mein Name ist Daniel Janang und auch in diesem Podcast begrüße ich dich in Form einer Energiekommunikation, die jetzt übrigens mit dem Aufstieg für uns nicht nur die Telepathie, sondern die Energiekommunikation, das bedeutet, dass aus dem Herzen die Energie, die Frequenz von Wahrheit, Liebe und Licht durch das Kehlkopfchakra fließt und dann energetisch in den Text hinein, in den Podcast hinein oder was immer derjenige für sich auch weitergibt, jetzt unsere neuere, bessere, erhöhtere Form, bewusstere Form von Kommunikation sein wird. Ja, wenn wir etwas weitergeben, dann ist das reine Energie und du kannst es dann spüren, wenn die Frequenzen steigen bzw. hochschwingende Lichtfrequenzen in der Kommunikation sind. Das wird unsere Zukunft. Das ist das, wo wir hingehen. Das ist das, was wir jetzt schon praktizieren können. Eine Energiekommunikation. Und so verbinde ich mich wieder mit dir, freue mich und danke dir, dass du zuhörst. Und genau darum geht es in dem Podcast von Erzengel Haniil vom Lichtwelt Verlag, 12.06.2021. Du bist vollkommen durch die Liebe. Auch wenn du die ganze Welt für dich gewinnst, wenn du deine Liebesfähigkeit verlierst, hast du nichts gewonnen, sondern alles verloren. Erzengel Haniil Du bist vollkommen durch die Liebe, durch Vergebung zur Meisterschaft. Geliebter Mensch, vergib jedem bedingungslos alles. Das ist der Weg zum inneren Frieden und zum Frieden unter den Menschen. Du bist nicht nur Mensch allein, du bist ein unvergängliches Geistwesen, das sich auf unterschiedlichen Ebenen zugleich erfährt. Die Erde dient dir für einmalige Erfahrungen und sie dient dir dafür, dass du die Grenzen, die dir diese Welt auferlegt, zunächst erlebst und dann sprengst. Die Erde ist der Ort, an dem du dein unbegrenztes Bewusstsein als begrenzt erfahren kannst. Der Grund deiner Geburt auf dieser Erde und deine Wahl, das Abenteuer des Menschseins erfahren zu wollen, liegen alleine deinem Wunsch zugrunde, dich als kosmisches Wesen in irdischen Begrenzungen erfahren zu können. Der dichte Schleier des Vergessens legte sich über deinen Geist und Leben für Leben, was du bemüht, den Schleier des Vergessens ein Stück weit zu heben. Das ist der Grund deines Lebens auf Erden, denn erst durch das Vergessen war und ist all das hier möglich. Wie kann sich ein Engel aus purem Licht und aus reiner Liebe als lichtlos erleben und sein Herz mit Hass erfüllen und auffüllen. Indem er eine Wirklichkeit wählt, in der diese Mangelerscheinungen gelebt und erfahren werden können. Heute sehnst du dich nach der Rückkehr in das Licht. Und heute machen sich immer mehr Menschen auf, diese Reise zu beenden. Immer mehr haben gesehen, erfahren und am eigenen Leibe erlebt, was es heißt, ein Mensch zu sein. Mit allen Höhen und Tiefen wurde das Menschsein gelebt. Die letzte Illusion Jetzt gilt es, die letzte aller Illusionen zu durchbrechen. Die Illusion, irgendwer oder irgendetwas auf dieser Erde hätte sich deinen berechtigten Zorn oder Hass verdient. Das ist die letzte Hürde auf deinem Weg zurück in die Liebe Gottes und in die Liebe zu dir selbst. Am Ende ist es die bedingungslose Liebe, die über den Aufstieg eines Menschen bestimmt. Das ist die Lektion für Meister oder für Menschen, die die Meisterschaft über diese Ebene der Schöpfung erlangen wollen. Allein an deiner Liebesfähigkeit entscheidet sich dein weiterer Weg. Deshalb werden dir heute so viele gute Gelegenheiten dafür geboten. Denn das Übel und auch die der Menschheit übel gesonnenen Wesenheiten treten aus dem Schatten in das Licht. Ihr kennt jene, die euch schaden wollen und jene, die sich an euch schadlos halten wollen. Großes Leid begleitet die Menschheit auf der oberen Erde, da sich unerlöste Konflikte einen Weg in die Freiheit suchen. Während sich diese Transformation und diese Heilung ereignen, gilt es für dich in der Liebe zu bleiben. Je mehr Hass dir begegnet, je mehr Unrecht du erdulden musst und je weniger die Liebe zählt, desto entschlossener musst du Liebe ausstrahlen und für Gerechtigkeit eintreten. Wenn die ganze Welt über dich lacht oder über dich herfällt, wenn sich Freunde abwenden und dich niemand mehr kennen will, dann kannst du dich vollenden. Vollenden, indem du dir selbst treu bleibst und den Pfad des Lichts und der Liebe niemals verlässt. Auch wenn du die ganze Welt für dich gewinnst, wenn du deine Liebesfähigkeit verlierst, hast du nichts gewonnen, sondern alles verloren. Heute, am Ende einer Epoche und am Beginn einer neuen Zeit, werden die Menschen aufsteigen. Die Menschen, die den Schleier des Vergessens gelüftet haben. Wer sich erinnert, der kennt den Weg, bei dem sich mit jedem Schritt Unvollkommenes in Vollkommenes verwandelt. Erinnere dich, geliebter Mensch, du bist vollkommen durch dein Licht und deine Liebe. Durch die bedingungslose Vergebung betrittst du diesen Raum der Gnade, den Ort, an dem der letzte Schleier fällt. Ich bin Erzengel Haniel. Und in der Schleier mit dem concePodium. Und in der Schleier. knot. Und dann bene. Ich bin Erzengel.